hey freunde willkommen zum heutigen test und zwar eines der prachialsten f3 batterien muss man mal sagen also sie ist so schwer sie hat ein kilo nem die super weit strupp vom klaseck 49 schuss 30 mm preislich glaube ich sehr günstig ich will mich jetzt nicht aus dem fenster lehnen aber ich glaube so 30 euro ungefähr ich bin mir da gerade überhaupt nicht sicher können auch 25 sein je nachdem also die preise bei f3 batterien müsst ihr mich mal verzeihen weil ich fahr zu meinen f3 händler übrigens die batterie ist von pyro rob ja ich fahr halt hin gucke was ich brauche er guckt in seine liste und sagt mir denn den endpreis also ich weiß eigentlich im grund genommen selten was ich jetzt im endeffekt bezahlt habe ich es ist feuerwerk feuerwerk hat seinen preis also seht mir das nach wie gesagt sie hat fast ein kilo nem und sind natürlich weiße blinker komplett in 49 schuss und deswegen würde ich mal sagen eine schöne blinker batterie in f3 sucht man immer und dann gehen wir gleich raus zur zündung und schauen uns die super weit strupp vom klaseck an also bis gleich draußen zur zündung so Bis zum nächsten Mal.